Alle hier gebrochen wie die Zehen des HSVs. Ich als Magdeburger hab grad die Zeit meines Lebens. Digga, das muss ich nochmal sagen, weil ich hab gestern das Spiel geguckt und da hat man die Magdeburg-Fans ja auch auswärts gehört. Ich schwöre, die haben so einen freshen Fangesang, der ist simpel, aber der hört sich so geil an. Die schreien nämlich dann immer alle so, Fußball-Club Magdeburg, Fußball-Club Magdeburg. Und das ziehen die so zwei Minuten durch und es kommt einfach mies geil. Ich find das richtig nice. Find's geil, wie unser Kader so breit aufgestellt ist, dass man einfach nur ein P von der Bank bringen kann, das ist krank. Wie war Hamburg? Wie habt ihr das gesehen? Wie habt ihr das gesehen, das 5-0? Wir können ja mal ein bisschen über Fußball an dem Wochenende sprechen. Also die haben auf jeden Fall einen Meter gemacht, ey. 5-0 Regensburg wegklatschen. Also wenn man jetzt mal halt so die ersten Spiele Revue passieren lässt. Also Hamburg hat natürlich auch schon ein Spiel verloren und es hat auch hier und da schon ein bisschen geholpert, aber sieht gut aus. Magdeburg finde ich krass, wobei die, glaube ich, letztes Jahr am Anfang der Saison auch relativ weit oben standen und dann hinten raus noch da unten reingepurzelt sind. Magdeburg ist halt ein wilder Verein, ohne Spaß. Seitdem die in der zweiten Liga sind, die können jedes Spiel 5-0 gewinnen, aber auch jedes Spiel 8-2 verlieren. Die sind komplett verrückt unterwegs. Die sind so eine Wundertüte. Ja, Karlsruhe auch sehr stark. Nicht nur gegen Schalke, auch gegen die anderen Mannschaften. Zivzi Watze ist der Goat. By the way, auch geil. Also, als Schalke-Fan war es jetzt nicht so geil, aber wie die Karlsruhe-Fans bei jedem Ballkontakt von Zivzi Watze immer BUDU, BUDU, BUDU rufen. Das ist schon lustig. Warum ist eigentlich meine Cam so klein? Es geht doch hier um Personality, ey. Ich finde es krass. Ich weiß gar nicht, was ich in meiner Saisonprognose gemacht habe. Ich glaube, ich habe Düsseldorf auf die 4 oder 5 gepackt. Ich finde es krass. Also, ich finde, Düsseldorf sieht gerade aus wie die stärkste Mannschaft in der zweiten Liga, weil die halt auch so kompakt sind. Ich meine, überleg mal, die sind jetzt seit, wenn du die Relegation rausnimmst, warte mal, das muss ich mal ganz kurz reinziehen, die sind auch seit 25 Zweitligaspielen umgeschlagen oder so. Oder 20 Zweitligaspielen. Wettbewerbsübergreifend, das ist so krass. Hertha wieder so scheiße. Hertha habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ich sage, bei Hertha ist halt, das muss man schon sagen, Hertha wurde halt auch krass gebummelt im Transfersommer. Kämpf abgegeben, Rehse verletzt, hast gefühlt drei Tage, also ich weiß gar nicht, ob es gefühlt ist oder ob es drei Tage waren, vor Transferschluss, Tabakovic verloren, der letztes Jahr Torschützenkönig war. Hertha ist schon hart. Und Köln, sage ich euch ehrlich, glaube ich weiterhin daran, dass sie aufsteigen werden. Die haben gestern so Pech gehabt. Was haben die gehabt? Vier Expected Goals gegen Magdeburg. Ah, die waren geisteskrank. Oh krass, es sind bei Düsseldorf wirklich 25 Zweitligaspiele, wettbewerbsübergreifend, die die nicht verloren haben. Das ist so heftig. Also Düsseldorf, glaube ich, die gehen hoch. Das ist krass. Hannover wird auch oben in der Verlosung drin sein. Ich weiß gar nicht, wo ich die hingetippt habe. Ich glaube, ich hatte Hamburg, Hertha und Köln unter den ersten Dreien. Und ich glaube, dann müsste irgendwann auch Hannover gekommen sein. Also Darmstadt finde ich krass. Da war ja mein Hot Take der Zweitligasaison, dass Darmstadt gar nichts mit dem Aufstieg zu tun hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, jo, war ein guter Take. Aber ich würde fast eher sagen, das war gar kein Hot Take. Weil irgendwie hat Darmstadt so gefühlt jeder gesehen. Und es ist halt einfach noch schlimmer. Also Darmstadt ist krass, ey. Sieht wirklich gar nicht gut aus. Also ich meine, man muss überlegen, die haben jetzt einen Unentschieden gegen Braunschweig geholt mit einem neuen Trainer, wo du eigentlich denkst, okay, neuer Trainereffekt. Digga, Braunschweig war halt vorher so arsch. Regensburg ist auch krass. Ein Tor geschossen. Und das Tor hat für drei Punkte gereicht. Also das ist auf jeden Fall eine sehr stabile Quote. Wenn du dir das mal hochrechnest, hätte Karlsruhe einfach schon 30 Punkte oder Hamburg 36. Das ist auf jeden Fall krank. Ja, gut, dass es für Ulm und Münster schwer wird, ne? Oder, also ich meine, für alle Aufsteiger wird es schwer. Also ich bin mal gespannt, was sind eure Top 3 bis jetzt aus der 2. Liga? Also wenn ihr jetzt eine neue Prediction aufstellen müsstet, anhand von dem, was ihr die ersten 5 Spiele gesehen habt, was ist eure Top 3? KSC, Düsseldorf, HSV? Nicht Schalke? Ja, richtig so. Düsseldorf, Hamburg, Köln? Ich würde auch sagen Düsseldorf, Hamburg, Köln. Also ich will Karlsruhe das gar nicht madig reden, aber ich bezweifle dann noch so ein bisschen, dass die die Qualität haben, um das bis zum Ende durchzuziehen. Aber wir reden ja jetzt auch nur um den ersten Eindruck und da würde ich auch sagen Düsseldorf, Köln und Hamburg. Weil bei Köln, glaube ich, da wird sich einfach auf Strecke die individuelle Qualität durchsetzen. Also ich finde, die Mannschaft ist halt gefühlt einfach unfair. Und die haben ja gestern jetzt nicht gegen Magdeburg Punkte liegen lassen, weil sie irgendwie scheiße sind, sondern weil sie auch einfach Pech hatten. Dieses Jahr groß ein Call, dass Magdeburg mit oben spielt. Digga, ich liebe den Fußball, den Magdeburg spielt. Ohne Witz. Also ich weiß nicht, wer von euch schon jetzt länger die zweite Liga verfolgt. Also ich muss ja. Ich habe mir nichts anderes übrig. Und ich muss es einfach sagen, wenn Magdeburg so ein Top-Spiel auf dem Samstagabend bekommt in der zweiten Liga, du weißt einfach immer, es passiert was. Magdeburg-Spiele sind immer geil zu gucken. Du weißt, es passiert immer was. Wie ich es gerade gesagt habe, die können 5-0 gewinnen, die können aber auch 8-3 verlieren. Das Magdeburg-Spiele gucken macht immer Spaß. Da passiert immer irgendwas. Die spielen einfach so richtig geilen offensiven Fußball ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist schon nice. Und mein Mann, Elhan Kuri, habe ich bei Kickbase. Schön wieder 200 Punkte gemacht. Der ist ein Baller. Ich war gestern in Köln, das Spiel war geil, vor allem die Fans. Ja, glaube ich. Glaube ich, glaube ich. Und als Fan war es ein Auf und Ab. Das war gestört 70 Minuten da gewesen. Äh, nicht da gewesen und trotzdem gewonnen. Ja, glaube ich. Glaube ich, glaube ich, glaube ich. Magdeburg hat enormen Support. Ja, als ich da war, war es sehr geil. Was war mit deinen Schalkern los, Broski? Ja, also ich habe ja schon in meinem Talk gesagt. Also ich würde sagen, zusammenfassend ist dann Schalke schon ein bisschen enttäuschender reingestartet in die Saison, als man es eigentlich gedacht hätte. Aber, ja, also ich finde trotzdem, dass es halt so ein bisschen Overreaction ist, sage ich mal. Keine Ahnung. Also ich meine, wenn du dir jetzt einfach nur die Tabelle anguckst, wir haben gegen den Tabellen dritten Unentschieden gespielt, wir haben gegen den Tabellen zweiten verloren, wir haben gegen den Tabellen achten, der hätte sich gestern schlauer angestellt, auch weiter oben gewesen wäre, da haben wir auch verloren. So, und dann haben wir halt, klar, gegen Braunschweig, das wohl schlechteste Team, gewonnen und gegen Nürnberg sehr unglücklich verloren, wegen der, wegen der ganzen Unterzahlgeschichte. Also ja, ich finde den Saisonstart von Schalke auch nicht gut, aber ich bin jetzt einfach nicht dabei, da irgendwie die große Apokalypse auszurufen, weil ich jetzt einfach die ersten fünf Spiele in Summe jetzt nicht komplett scheiße fand. Also ich fand uns gegen Braunschweig richtig gut, ich fand uns gegen Nürnberg eine Halbzeit richtig gut, ich fand uns gegen Magdeburg ordentlich, ich fand uns über Strecke gegen Köln ordentlich, da haben die uns aber einfach individuell dann den Zahn gezogen und also das zusammengefasst, das einzige Spiel, wo ich uns wirklich richtig schlecht fand, war jetzt gegen Karlsruhe. Das war halt wirklich nichts, aber auch da sag ich, mal gucken, wann mit Kalasch unser Abwehrchef wieder da ist, der auch die jungen Leute ein bisschen sortiert. Man hat die ganze letzte Saison darüber gesprochen, dass Paul Seguin, so der Führungsspieler schlechthin ist nach Karamann, der verlängerte Arm von Karel Gerrits auf dem Platz, der ist auch überhaupt nicht fit, wenn er gespielt hat, immer mit Schmerzen, sah nicht rund aus. Also klar kann man jetzt natürlich sagen, ey, das sind alles Ausreden und so, kann ich auch verstehen, der Anspruch sollte nicht Platz 13 sein, aber ja, also ich glaube, dass Schalke die Hinrunde irgendwo so hier zwischen Platz 8 und 12 abschließt und immer mal wieder stolpern wird, aber all in all glaube ich, dass Schalke, glaube ich weiterhin, dass die irgendwo hier landen werden, zwischen Platz 5 und 8. Da bleibe ich eigentlich bei meiner Prediction. Ich glaube, dass man dann in der zweiten Saison hilft, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man da auf jeden Fall einen Fortschritt sieht, wenn die ganzen jüngeren Spieler, die ganzen neuen Spieler sich auch einmal richtig im Verein akklimatisiert haben. Ja, aber Aufstieg halt auf jeden Fall nicht. Da gibt es einfach Mannschaften, die viel, 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 viel besser sind. Also der KSC ist eine eingespielte Truppe, Düsseldorf hat seit 25 Spielen nicht verloren, Hamburg finde ich extrem stark, Köln hat für mich die individuell beste Mannschaft der Liga, Hertha darf sie nicht vergessen, es gibt immer noch Mannschaften wie Hannover und Fürth, also da gibt es einfach bessere Mannschaften. Was denkst du, wird mit Karel passieren, sollte er das nächste Spiel verlieren. Also ich glaube, sie würden ihn nicht rausschmeißen, wenn sie gegen Darmstadt verlieren. Kommt so ein bisschen auf die Art und Weise an, aber wenn er dann halt auch noch am sechsten Spieltag, das ist dann glaube ich gegen Hertha. Also ich glaube, er würde das Münster-Spiel noch bekommen. Wenn du dann in Münster nicht gewinnst, dann wäre er weg. Und ich glaube, dann spielen wir gegen die Hertha, oder? Ja. Also eigentlich musst du ganz offen und ehrlich sagen, hast du jetzt gegen Darmstadt ein Heimspiel und gegen Münster ein Auswärtsspiel. Also da solltest du sechs Punkte holen und wenn du keine vier holst, machst du irgendwas komplett falsch. Das ist meine Meinung. Was sind denn nächste Woche so die Spiele in der zweiten Liga? Ah ja, Schalke-Darmstadt, Freitagabend. Oh, Düsseldorf-Köln, geil. Elversberg, oh, geil. Lautern gegen Hamburg, Samstagabend. Oh, geiles Spiel. richtig geiles Spiel. Bis zum nächsten Mal.